Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Viele Menschen meinen, Gott nicht nötig zu haben. Wie traurig! Denn Gott ist wunderbar. Er ist so erstaunlich und wunderbar, dass ich nicht begreifen kann, warum jemand keine Beziehung zu diesem guten Gott haben will. Vater, wir danken dir für die Bibel, dein Wort. Wir wollen dir zuhören, es annehmen, es lieben und mit deiner Hilfe umsetzen. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Heute geht es um das Thema Hochmut und Demut. Andrew Murray schrieb ein Buch mit dem Titel Demut. Das kann ich sehr empfehlen. Es ist nur ein dünnes Büchlein, aber es hinterlässt einen tiefen Eindruck. Ich habe darüber noch kein Buch geschrieben, weil es nur schwer verkäuflich wäre. Deshalb empfehle ich sein Buch. Ich will, dass ich meine Bücher verkaufe. Ich habe mal eine Predigt-Serie zum Thema Hochmut und Demut veröffentlicht. Doch die lief nicht besonders gut. Deshalb verpassten wir hier einfach einen neuen Titel und das hat etwas besser geklappt. Die meisten Leute begreifen nicht, wie schädlich Hochmut und wie förderlich Demut ist. Ich will das noch einmal sagen. Wir wissen gar nicht, wie gefährlich Hochmut ist und welche Macht Demut hat. Andrew Murray schreibt Folgendes. Es gibt nichts, was für den Menschen so natürlich und doch seinem Blick so verborgen, so hinterlistig, beschwerlich und gefährlich ist wie Hochmut. Wenn Menschen ein Problem mit Stolz haben, können sie es sich meistens nicht eingestehen, dass sie stolz sind. Deshalb sind auch christliche Materialien, die das Wort Hochmut oder Stolz im Titel haben, nur schwer verkäuflich. Diejenigen, für die das Thema gut wäre, wollen nicht, dass andere Leute glauben, sie hätten es nötig. Sieh doch nur wie aller Mangel an Liebe, alle Gleichgültigkeit gegen die Nöte, Gebrechen und Gefühle anderer, alle scharfen und vorschnellen Äußerungen und Urteile, all die Ausbrüche des Temperaments, der Empfindlichkeit und Gereiztheit, alle Gefühle der Bitterkeit und Entfremdung, ihre Wurzel in dem abgrundtiefen Hochmut haben, der immer nur sich selbst sucht. Bevor ich über Demut rede, möchte ich darauf hinweisen, dass echte Demut eine nicht schwach dastehen lässt und man Angst haben muss, nicht ernst genommen zu werden. Man muss auch nicht ständig irgendwie demütig gucken. Ich glaube sogar, dass Gott sich darüber ärgert. Demut soll man im Herzen und in den Gedanken ausleben. Wenn man ein demütiges Herz hat und auch so denkt, wird das nach außen hin auf gute Weise sichtbar. Ein demütiger Mensch hält nicht mehr von sich, als er sollte, aber auch nicht weniger. Er denkt sogar ziemlich selten an sich selbst. Er weiß, wer er in Christus ist und deshalb wird seine Demut zu Mut. Gott hat uns den Auftrag gegeben, mutig zu sein. Das heißt aber nicht, ein unerträglicher Zeitgenosse zu werden, der andere überrennt und verletzt. Echte Demut wird durch Christus zu Mut. Ich möchte mir ein paar Minuten Zeit nehmen, um darüber zu sprechen, wie man mutig sein und einfach mutiger beten kann. Wir selbst sind nichts, aber durch Jesus sind wir alles. Ohne ihn kann ich nichts tun, doch mit seiner Hilfe kann ich alles tun, was er von mir will. Versteht ihr? Ohne ihn kann ich nichts tun, aber mit seiner Hilfe kann ich alles tun, was getan werden muss. Ihr seid stärker, als ihr glaubt. Streicht mal die Worte, ich kann nicht, aus eurem Wortschatz und sagt nicht ständig, es ist zu schwer, ich kann das nicht. Ihr könnt alles schaffen, was notwendig ist, wenn ihr auf Jesus und seine Hilfe vertraut. Versteht ihr? Selbst wenn ihr in einer schwierigen Situation steckt, braucht ihr das Lachen nicht zu verlieren. Auch wenn ihr verletzt werdet, könnt ihr für andere ein echter Segen sein. Ich sage das noch einmal. Wisst ihr, manchmal glauben wir, dass die Welt sich erst weiterdrehen darf, wenn unser Problem gelöst ist. Und das ist einfach nicht wahr. Wenn es euch schlecht geht, will Gott euch trotzdem gebrauchen, um anderen zu helfen. Ihr müsst es nur zulassen. So werdet ihr eure Probleme am schnellsten unter die Füße bekommen. Wenn es euch schlecht geht, verlernt das Lachen nicht. Ihr könnt eine positive Einstellung bewahren und anderen helfen, während ihr darauf wartet, dass sich die Dinge in eurem Leben ändern. Stimmt ihr mir zu? In Epheser 3, Vers 12 sagt der Apostel Paulus, durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Das ist derselbe Paulus, der sagt, ich bin der Größte aller Sünder. Doch er sagt auch, weil wir wissen, wer wir in Christus sind, können wir mutig zum Thron Gottes kommen und Gott voller Zuversicht bitten, dass er unglaubliche Dinge in unserem Leben tut, die wir nicht verdient haben und die uns auch nicht zustehen. Aber wir können ihn darum bitten, weil er gut ist. Vielleicht betet ihr Gott nicht um genug. Ich sage es hier nochmal, denn euch gefällt das wohl nicht. Vielleicht betet ihr Gott nicht um genug. Wisst ihr, vor ein paar Jahren spürte ich ein inneres Drängen. Manchmal drängt uns der Heilige Geist. Stimmt's? Verdrängt es dann nicht? Wenn es ein egoistisches Drängen ist, dann verdrängt es ruhig. Doch wenn es vom Heiligen Geist kommt, lasst es zu. Als ich damals betete, fühlte ich so ein Drängen in mir, darum zu bitten, dass Gott mich eines Tages zu jedem Menschen auf diesem Planeten sprechen lassen würde. Hört weiter zu. Mein Verstand sagte, das ist verrückt. Niemand kann das. Und dann sagte der Teufel, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Der Feind will nicht, dass wir mutig beten. Dabei solltet ihr um Dinge bitten, die so gewaltig sind, dass ihr nicht mal wisst, ob Gott sie erhören kann. Genauso fühlte ich mich an diesem Tag. Gott, ich will überall auf der Welt von dir erzählen, sodass jeder es hören kann. Das hat sich bisher noch nicht erfüllt, aber wir erreichen sehr viele Menschen. Unsere Sendung wird in 83, 85 verschiedene Sprachen übersetzt. Übersetzt. Ich weiß nicht, wie Gott das schafft. Ich tue, was ich tue. Und er stellt uns all die Leute zur Seite, die sich um die anderen Dinge kümmern. All die Missionspartner auf der ganzen Welt. Auch all die christlichen Werke, die sich um die Übersetzungen in die verschiedenen Sprachen kümmern. Es ist wichtig, dass die Menschen die gute Nachricht von Jesus in ihrer eigenen Sprache hören. Selbst wenn Englisch ihre Zweitsprache ist, müssen sie es in ihrer Muttersprache hören, damit sie die Inhalte wirklich entspannt aufnehmen können. Überall sind wir auf Sendung. Im Nahen Osten, in Afrika, Indien, Asien, in der Mongolei, in Ländern, die ich noch nicht mal auf der Landkarte finden würde. Die biblischen Wahrheiten wirken sich im Leben der Menschen aus, unabhängig von ihrer Kultur. Jeder Mensch braucht Jesus durch das Internet, durch Satelliten, durch das Fernsehen und durch das Radio, durch Printmedien und durch Bücher. Ist die Botschaft von Jesus mittlerweile fast jedem Menschen auf Erden zugänglich? Nicht, dass ich glaube, die Leute würden mich jeden Tag einschalten. So eingenommen bin ich von mir selbst wirklich nicht. Doch ich bete lieber um große Dinge und sehe, wie sich Teile davon erfüllen, als um Kleinigkeiten, die sich alle erfüllen. Oder? Zuerst müssen wir begreifen, dass wir nichts verdient haben. Das ist der erste Schritt, um Gott vertrauensvoll um etwas zu bitten. Man weiß einfach, dass man nichts verdient hat. Ich habe das, um das ich dich bitten will, nicht verdient. Und ich bitte dich auch nicht in meinem Namen, ich bitte in Jesu Namen. Ich weiß, dass ich vieles falsch gemacht habe, doch du hast zugesagt, zu vergeben und zu vergessen, und deshalb rede ich auch nicht mehr über Vergangenes. Hört auf, mit Gott immer über Dinge reden zu wollen, die er schon lange vergessen hat. Ihr braucht mit Gott nicht über eure Vergangenheit zu reden. Redet mit ihm über eure Zukunft. Unser Start ins Leben ist nicht annähernd so wichtig wie unser Ende. Mein Leben begann wirklich grauenvoll, aber ich will ein gutes Ende haben. Wie sieht's bei euch aus? Okay, hört mal zu. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott wird nicht böse, wenn ihr ihn um etwas bittet. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr das, worum ihr bittet, nicht bekommt. Versteht ihr? Ich sage nicht, dass ihr ihn um alle möglichen irdischen Dinge bitten sollt, aber bittet ihn, euch zu gebrauchen. Gebrauche mich, Gott. Gebrauche mich, um anderen zu helfen. Hebräer 4, Verse 15 und 16 sind wunderbare Bibelferse. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Ganz gleich, was ihr durchlebt oder worin ihr geprüft werdet, Jesus versteht euch, weil er auch geprüft wurde, allerdings ohne zu sündigen. Ist das nicht großartig? Wer von euch, ich denke besonders Frauen, ist das wichtig, möchte das Gefühl haben, dass er verstanden wird, dass jemand versteht, was ihr meint? Irgendwann sagte ich zu Dave, selbst wenn du mich nicht verstehst, tu so, als ob du mich verstehst. Jetzt sagt er ständig, ich verstehe dich und ich tue so, als würde das stimmen und bin glücklich. Aber Jesus versteht uns wirklich und das liebe ich an ihm, dass er mich selbst an meinen schlimmsten Tagen versteht. Er versteht euch, wirklich. In Vers 16 steht, Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Seine Hilfe kommt zur rechten Zeit, und zwar dann, wenn wir sie brauchen. Wenn ihr etwas falsch gemacht habt, wendet euch nicht von Jesus ab. Lauft zu ihm hin. Ihr könnt euch vor Gott nicht verstecken. Ob ihr es glaubt oder nicht, er hilft denen besonders gerne, die es nicht verdient haben. Aber ihr habt nicht, weil ihr ihn nicht bittet. Bittet ihn. Fangt an, euch durch den Tag zu beten. Betet nicht nur für euch selbst, sondern auch für andere. Die Gerechten sind mutig wie Löwen. Großartig. Nun, Hochmut ist extrem gefährlich. Er wird definiert als auf Überheblichkeit beruhender Stolz und entsprechende Missachtung gegenüber anderen vor Gott. Es geht immer um einen selbst. Ich hoffe, ihr könnt das dieser Definition auch entnehmen. Ich, meiner, mir, mich. In der Bibel steht, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir unser Kreuz auf uns nehmen, ihm nachfolgen und uns selbst vergessen. Genau das ist unser Kreuz, nämlich nicht ständig an uns selbst zu denken. Lasst uns sein wie Jesus, damit er durch uns wirken kann. Wir sagen unserem Ego ab und leben für Jesus. Versteht ihr? Hochmut und Angeberei kommen im Doppelpack. Ein überheblicher Mensch redet ständig über sich selbst. Ehrlich gesagt möchte ich keine engen Freunde haben, die vor Überheblichkeit platzen. Wenn ich jemanden treffe, der ständig über sich selbst redet und mir erzählt, was er alles gemacht und getan hat und sich alles nur um ihn dreht, bla bla bla, die ganze Zeit, dann sage ich nur, wirklich? Darüber habe ich einfach keine Lust zu reden. Laut Definition sind Angeber nichts als Wichtigtuer. Das ist die Definition. Es sind Wichtigtuer. Sie tun so, als wären sie mehr, als sie sind. Seht mal, Angeberei ist wirklich dumm, denn alles, was wir erreichen, erreichen wir durch Jesus, der uns befähigt. Stimmt's? Wenn wir so tun, als seien wir wer, sind wir hochnäsig, auch wenn wir so tun, als hätten wir Ahnung. Huh, huh. Ich will dir mal die Welt erklären. Ich meine ja Folgendes, ich weiß, ich denke, wisst ihr was, wir wissen gar nichts, bis wir wissen, dass wir nichts wissen. Ich finde es großartig, was der Apostel Paulus sagt, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ja, Gott will, dass wir gebildet sind, aber wir müssen nicht jedem unter die Nase reiben, was wir alles wissen. Höher von sich denken, als einem zusteht. Andere Synonyme sind Schaumschläger, Maulhelden und Sprücheklopfer. Man kann sagen, dass jemand, der sehr stolz auf sich ist, nur sich selbst im Kopf hat. Ja, ich bin auch stolz auf meine Kinder und ehrlich gesagt, bin ich auch stolz auf all das, was unser christliches Werk bisher erreicht hat. Aber ich erinnere mich immer wieder daran, dass es Gott war und nicht ich. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich das alles auch nur im Entferntesten hätte allein schaffen können. Ich bin sehr dankbar, dass ihr heute hier seid und ich glaube, dass Gott es so geführt hat. Versteht ihr? Ich danke Gott immer, wenn die Plätze besetzt sind, denn es gab auch Zeiten, da war das nicht so. Solche Zeiten sind gut für uns alle. Es ist gut, wenn wir durch magere Jahre hindurchgehen müssen, in denen wir nicht das bekommen, was wir wollen. Dann wissen wir es umso mehr zu schätzen, wenn Gott den Himmel öffnet und uns mit Segen überschüttet. Die Sünde, die der Teufel begangen hatte, war übermäßiger Hochmut. Ursprünglich war er ein Engel der Anbetung. Sein Körper bestand aus Musikinstrumenten. Er war ein wunderbares, erstaunliches und wunderschönes Geschöpf. In Jesaja 14 wird uns ab Vers 12 der Fall des Teufels beschrieben. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, jetzt achtet mal darauf, wie oft hier steht, ich will. Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Und hier kommt Gottes Antwort. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube. Wenn wir uns selbst erhöhen, kann Gott uns sehr wohl erniedrigen. Er lädt uns ein, uns unter seine mächtige Hand zu demütigen. Wenn wir das nicht tun, wird er es für uns tun. Und das sind dann wirklich schmerzvolle Zeiten, durch die wir gehen. Wenn wir zu viel von uns halten, muss Gott uns zeigen, dass wir ohne ihn nichts sind. In unserer Gesellschaft ist es an der Tagesordnung zu sagen, ich will dies, ich will das. Und viele Menschen meinen, Gott nicht nötig zu haben. Wie traurig, denn Gott ist wunderbar. Er ist so erstaunlich und wunderbar, dass ich nicht begreifen kann, warum jemand keine Beziehung zu diesem guten Gott haben will. Wirklich, ich verstehe es einfach nicht. Ich kapiere das nicht. Denn wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, es geht nicht um Religion, sondern um Beziehung. Genau das ist der Punkt. Einer der Gründe, warum so viele Menschen nichts mit Gott zu tun haben wollen, ist der, dass sie schlechte Erfahrungen mit Religion gemacht haben. Jesus ist nicht gestorben, damit wir einer Religion anhängen können. Seid doch nicht so stolz darauf, Katholiken, Lutheraner, Baptisten, Methodisten oder Pfingstler zu sein. Ich will euch nicht beleidigen, aber Gott ist das völlig egal. Glaubt ihr, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist? Dass er von den Toten auferstanden ist? Dass er für eure Sünden bezahlt hat, damit ihr ein völlig neues Leben haben könnt? Glaubt ihr, dass Gott gut ist? Wisst ihr, viele Menschen in der Welt glauben das nicht. Unter dem Strich frage ich mich so manches Mal, wie viele Leute, die von sich behaupten, Atheisten zu sein, würden an Gott glauben und eine Beziehung mit ihm eingehen, wenn sie weiterhin so leben könnten wie bisher und trotzdem am Ende in den Himmel kommen könnten. Denn der Grund, warum die Leute keine Beziehung zu Gott haben wollen, ist doch, sie wollen all die Dinge tun, die den biblischen Grundsätzen entgegenstehen. Dabei ist es genau das, was sie am Ende ruiniert und zerstört. Wir müssen für die Menschen um uns herum beten, damit die Ernte groß sein wird, und wir sollten hinausgehen und unser Licht leuchten lassen. Seid Vorbilder und weckt das Interesse der Menschen. Zeigt ihnen, wie eine Beziehung zu Jesus aussieht. Einverstanden? Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. In Daniel Kapitel 3 lesen wir eine erstaunliche Geschichte. Vielleicht kennt ihr sie oder auch nicht. Lest doch nachher mal das ganze Kapitel. Oder beschäftigt euch in der nächsten Woche mal intensiv mit diesem Bibelabschnitt. Ich werde euch ein paar Verse vorlesen und etwas dazu sagen, damit wir verstehen, was Gott uns heute sagen will. König Nebukadnezar allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen, auf der ganzen Erde, viel Friede zuvor. Hört genau zu, was er in den nächsten drei Versen sagt. Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die Gott, der Höchste, an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß, und seine Wunder sind mächtig, und sein Reich ist ein ewiges Reich, und seine Herrschaft währet für und für. Es geht hier nur um Gott. Ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Wir sehen, solange er die richtige innere Haltung hatte, und Gott die Ehre für alles Gute gab, verlief sein Leben gut. Das sollten wir auch immer wieder sagen. Gott, ich weiß, dass ich ohne dich nichts bin. Ich freue mich über all das, was du für mich getan hast, und sehe es nicht als etwas Selbstverständliches an. Jetzt hört mal genau zu. Das ist mir ganz wichtig. Am besten können wir unsere Dankbarkeit für all das Gute, das Gott für uns getan hat, zum Ausdruck bringen, indem wir anderen Gutes tun. Drückt eure Dankbarkeit nicht nur in leeren Worten aus, sondern lasst Taten sprechen. Gott, du bist ohne besonderen Grund gut zu mir, und auch ich will gut zu jemandem sein, der das nicht verdient hat, und ihm zeigen, wie gut du bist. Wenn das jeder Christ so machen würde, könnten wir alle bald in den Himmel einziehen. Ich möchte Sie mal etwas fragen. Wurden Sie von jemandem verletzt, dem Sie immer noch nicht vergeben können? Wir brauchen uns nur an Gott zu wenden und ihn zu bitten, Gott, ich möchte vergeben. Auch wenn ich ganz anders fühle und der andere es auch nicht verdient hat, möchte ich tun, was du willst. Wissen Sie, Stolz schaut immer darauf, was andere uns antun, aber uns fällt nicht auf, dass auch wir anderen wehtun. Wie dankbar sind wir, dass Gott uns vergibt. Und so sollten auch wir uns anderen gegenüber verhalten. Das, was der Heilige Geist in uns bewirkt, ist wirklich wichtig. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, sollten wir ihn wirken lassen, damit seine Eigenschaften in uns sichtbar werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit und so weiter und so fort. Möchten Sie mehr wissen über unsere Arbeit? Rufen Sie uns an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Als ich 13 war, fand ich heraus, dass mein Vater mit Drogen dealte. Oft musste ich mit ansehen, wie er meine Mutter schlug. Später habe ich mit meinem Partner dasselbe erlebt. Er hat mich geschlagen und sexuell missbraucht. Ich fing an zu glauben, dass ich wertlos sei und zu nichts zu gebrauchen. Zweimal habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Patricia und Norbert, warum ist so ein Zentrum so wichtig? Was ist das Problem hier in Chile? Viele Frauen wachsen in einer Umgebung auf, in der Männer sie missbrauchten. Deshalb flüchten sich immer mehr Frauen in Drogen. Oft schlagen die Männer ihre Frauen. Sie machen sie zu Sklaven und zwingen sie, als Drogenkurier zu arbeiten. Die Frauen haben zu viel Angst, um auszusteigen und zu ihren Familien zurückzugehen. Wir haben hier ein neun- bis zwölfmonatiges Programm. Es gibt einen Lehrplan. Die Frauen lernen hier, Schritt für Schritt im Glauben zu wachsen. Sobald sie stark genug sind, dürfen sie wieder zu ihren Kindern. Denn wenn diese Frauen von den Drogen frei werden und von dem, was sie in die Sucht getrieben hat, dann können sie auch die Mutter sein, die ihre Kinder brauchen. Die Partnerschaft mit Hand of Hope hat neuen Schwung in unsere Arbeit gebracht. Weil Hand of Hope ein Hilfsdienst ist, der dasselbe auf dem Herzen hat wie wir. Als ich begriffen hatte, dass Gott mir vergeben hat, obwohl ich anderen Menschen so viel Leid angetan und ihnen Drogen verkauft habe, war das so wunderschön, weil ich wusste, dass mich jemand liebt. Heute sprechen mich manchmal Menschen an und sagen, ich hätte etwas Besonderes an mir. Etwas Besonderes? Ich weiß nicht. Aber als ich eines Tages in den Spiegel geschaut und mir selbst in die Augen gesehen habe, hat Gott zu mir gesagt, du bist wunderschön. Ganz gleich, ob Sie Ihre Schulden loswerden möchten, an einer Beziehung arbeiten oder nochmal studieren wollen, denn Sie haben nur ein Leben. Was fangen Sie mit Ihrem an? Es ist an der Zeit, zielgerichtet zu leben. Mit meinem Buch Der Tag gehört dir finden Sie heraus, wie das geht. Lassen Sie Ihr Leben nicht einfach vorbeirauschen. Packen Sie es aktiv an. Bestellen Sie Der Tag gehört dir im Internet unter oder rufen Sie an 040 88 88 411 11 bis zum nächsten Mal.